So, liebe Freunde der Beatmusik und der Finanzpolitik. Ich war heute über zwei Stunden im Finanzausschuss des Dresdner Stadtrates. Es waren, so wie ich gesehen habe, alle 16 Ausschussmitglieder da. Vielleicht war eins durch einen Stellvertreter vertreten, also der Finanzausschuss hat heute vollzählig getagt. 16 Leute, gewählte Volksvertreter. Außer den 16 Stadträten war da noch der Finanzbürgermeister Peter Lahmes, SPD, der die Sitzung geleitet hat, wenn man das so nennen kann. Der Robert Franke, das ist der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, wenn ich mich recht entsinne. Der hat einige Fragen beantwortet und eine Protokollantin. Hinten bei mir im Pressebereich saßen zwei weitere Pressevertreter. Einer von der Mopo, einer von der SZ, der André Weller, ich komme gerade nie auf seinen Namen. SZ-Journalist, Kommunalpolitik. Und zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen, die Ewigkeiten darauf gewartet haben, dass sie mal drankommen vielleicht. Und die kamen dann wahrscheinlich erst im nichtöffentlichen Teil dran. Und der nichtöffentliche Teil startete nach ungefähr 2 Stunden und 15 Minuten. 15 Minuten für den ersten Tagesordnungspunkt. Ich komme gerade nicht drauf, um was es ging. Es ging auch um Geld. Wurde ratzfatz beschlossen, gab es nichts großartig zu wackeln. Ah ja, Gelder für den Breitbandausbau. Genau. Und dann wurde sage und schreibe 80 Minuten über die Fortsetzung der Fachförderrichtlinie für Kleinstunternehmer debattiert, kann man gar nicht sagen, wild durcheinander geredet, dumm gefragt, die Fragen selber beantwortet. Und dann gab es 10 Minuten Pause auf Wunsch von der Frau Osiander von den Grünen. Und dann wurde nochmal 25 Minuten diskutiert. Also knapp 2 Stunden, um weitere 5 Millionen zu gewähren. Und zwar aus den Haushaltsresten, nenne ich es mal, von 2019. Also in 2019 wurden entweder Millionen plus gemacht, nämlich 10, oder es wird irgendwie noch verrechnet nachträglich. Der Punkt war, in der Vorlage stand, Deckungsvorschlag wird noch bekannt gegeben. Der Hilbert, der Oberbürgermeister Dirk Hilbert, hat dann noch einen Nachtrag zu dem Antrag gemacht, einen Ergänzungsantrag. Und da stand dann lapidar drin, dass man aus 2019 nochmal 5 Millionen Euro irgendwie rauskratzen kann. Also die Gelder sind aus der Vergangenheit Steuerzahlergelder. Und es wurde also knapp mit Ausführung des Herrn Franke von der Stadtverwaltung 2 Stunden lang dumm rumgelabert. Ich bin mir sicher, die Sitzung geht länger als 4 Stunden. Und die sämtliche 16 Stadträte werden ihr Sitzungsgeld ziemlich sicher behalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Show und die Nichtleistung, die ihr da gebracht habt, solltet ihr das Geld spenden. Wirklich. Vor allem der Herr Schmelig, der mal links blinkt, mal rechts blinkt, Studenten aufgerufen hat, die definitiv nicht im Haupterwerb Kleinunternehmer sind, sondern höchstens im Nebenerwerb. Die hat der Herr Schmelig, der heißt auf Twitter, Adkopista mit C am Anfang, hat also die Studenten aufgerufen, trotzdem Anträge einzureichen. Öffentlich auf Twitter. Und heute mault er rum, wenn seine Parteikollegen eine Million mehr haben wollen, weil inzwischen schon über 11.000 statt der gedachten 5.000 Anträge vorliegen. Jetzt hat man das also auf 10.000 Anträge, 1.000 Euro hochgeschraubt. Und der Herr Schmelig war beleidigt, warum auch immer. Ganz ehrlich, der Mann soll in den Ruhestand gehen. Der hat im Stadtrat nichts mehr zu suchen. Der weiß nicht, was er redet, der beantwortete sich seine Fragen selber und sie kriegen es offenbar nicht hin, nach 10 oder 15 Minuten Pause als grüne Fraktion eine einheitliche Meinung abzugeben. Ganz erbärmliches Bild. Am Ende haben 15 Finanzausschussmitglieder den 5 Millionen, den weiteren 5 Millionen zugestimmt und der Herr Schmelig hat sich enthalten. Dafür habe ich, ohne wirklich was Neues zu erfahren, zwei Stunden meiner Lebenszeit vergeudet, weil ich gedacht habe, da findet mal tatsächlich eine Debatte statt. Es war Muckefuck. Es war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Mit die interessanteste Information hat noch der Herr Franke geliefert. Er sagte also, dass rund 2.500 der 5.000 ersten Anträge bereits bearbeitet sind. Ausgezahlt sind sie noch nicht alle. Man kann, die Stadtverwaltung stellt im Zweifelsfall nachfragen, wenn irgendwas fehlt im Antrag und dann dauert es etwas länger, sodass also erst die Anträge bearbeitet werden, die ohne Nachfragen funktionieren. Die Stadt geht davon aus, dass diese 1.000 Anträge, die mehr als 10.000 sind, und es wird ja nach dem Prinzip First Come, First Serve, wer zuerst kommt, wird bedient. Wer zu spät kommt, die 1.000 kriegen es im Zweifelsfall nicht. Aber es gab also Anträge, die wurden per Fax und per Brief eingereicht. Es gibt also Doppelungen. Und es gibt ziemlich sicher auch, nachdem der Herr Schmelig dazu aufgerufen hat, ein paar Studenten, die eben nicht im Haupterwerb ein kleinstunternehmen haben. Und die fallen raus. Und trotzdem hat man versucht, die Frau Osiander, dann noch eine Million irgendwo herzupacken. Null Deckungsvorschlag. Null. Und um zum Schluss zu kommen, am Ende gab es dann tatsächlich noch einen Beitrag von der Frau Viola Vogel von der SPD. Und die hat sich selbst und ihre Fraktion meiner Meinung nach zum Deppen gemacht. Und das hat der Finanzbürgermeister ebenfalls SPD und vorher auch SPD-Stadtrat. Also kundgetan, dass er sich etwas schämt für den Beitrag seiner Parteikollegin. Da gab es dann doch noch ein kleines Lachen. Kein großes, aber ein kleines Lachen. Und das war wirklich das Schlimmste, was ich je an Politik im Stadtrat, im Plenarsaal erlebt habe. Ich verstehe die Bürger, die da nicht hingehen wollen und die sich nicht für Kommunalpolitik interessieren. Wenn so ein Rotz über zwei Stunden hingezogen wird, statt wie im Stadtrat zuletzt in fünf Minuten fünf Millionen beschlossen worden sind. Dafür hat man heute, wo die Fachförderrichtlinie vom Stadtrat beschlossen wurde. Und der Finanzausschuss kann da an der Frichtlinie nichts ändern. Darüber diskutiert man dann zwei Stunden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Finanzausschussmitglieder. Das war eine Sternstunde der Demokratie heute. Bäh!